Klassisch. Klassisch. Klassischer Wald. Und ohne Kollision. Ohne? Ja. Oh, okay. Also mal entspannt heute. Ja. Verdammt. Knapp. Oh, locker. Mit hinten, mit der Bande, weißt du? Ja, hab ich auch gemacht. Ich war nicht drin. Du selber, ey. Ich hab den direkt eins zu eins eingelog, mein Freund. Ach, zu früh. Ach, scheiße. Man konnte einfach da rüber. Ah, natürlich wieder dran vorbei. Ach, scheiße. Komm, ein bisschen. Oh, Mann. Ah, ist er verhungert. Ein Zacken zu wenig. Ein Zacken zu wenig. Aber ein kleines bisschen. Hold on one. Puh. Schön. Ah, da war ein Loch. Okay. Fuck. Oh, das hat bei mir funktioniert. Vor allem hüpft er drüber und dadurch geht er erst schief, die dumme Sau. Kacke. Ach, das war ja gar nicht so weit weg. Ach, scheiße. Was tust du? Wieder volle Kanone. Gar nicht wahr. Toll. Ich muss doch wieder letzter werden. Geht nicht anders. Ach, bleib doch einfach da liegen, du Fickerich. Ach, scheiße. Oh, lol. Was war das denn? Wo wolltest du denn hin? Ich wollte eigentlich nur da drauf. Was macht ihr denn da? Oh. Ich spiel mich immer weiter in die Ecke rein. Ach, mei. Wo bleibt ihr denn? Unterwegs vor Recken. Ach, komm, ey. Come on. Okay. Nein. Ach, scheiße. Wieder ein Zacken zu fest, Dreck. Ach, komm schon. Ich bin auf einer anderen Bahn gelandet. Ich auch. Also, vorhin. So. Da bin ich hier, wenn ich gerade gelandet habe. Ja, ich auch. Haben die die ein bisschen geändert? Nee, warum? Ja, da dachte ich nicht mehr so synchron laufen. Die noch nie. Hmm. Fug. Schön mit zwei rausgeholt. verhungert unterwegs ist vor allem ärgerlich wenn man mittlerweile die bahn hat ja ja Ach nein, come on. Nee. Ach, am Loch verhungert. Der ist hals drüber zu springen. Das ist mir auch vorher passiert. Nein! Bin erst rüber gesprungen, dann bin ich am Loch verhungert. Das ist tot. Das ist tot. Schöööön rumrumgeleckt oder so ähnlich. Ja. Also voller Nutzer? Halber Tross. Mach dir da. Du musst auf diese volle Lotze, auf das dritte. Also das dritte von rechts. Genau. Piss Nelke. Jo. War das auch volle Pulle? Ja. Nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, komm schon. ich war da so ein pixel davor liegen geblieben ich war da so ein bisschen Oh, nee. Jo. Bei dem Loch habe ich zumindest schon mal raus, wie ich da hinkomme. Das war lacker. Mhm. Ja, jetzt kommt wieder das Assi-Loch, ne? Was? Pa. du musst links da ist doch da die zwei weil ich weiß aber auch hier kommt man ja auch war genau das ist mir gerade auch passiert wir sind beide erster